Er ist tot und überall Blut. Wer erbt Papas Himmel? Ich. Es darf nichts berührt werden. Er wegen der Fingerabdrücke. Was hält man auf für Spiegel? Schreien Sie doch nicht so. Dein Vater hatte keinen Rücken heller mehr. Es war ein Messer. Man wollte den Verdacht auf mich lenken. Ohne Zweifel. Ich bin dumm. Mein Geld. Jetzt weiß ich endlich, was passiert ist. Sie wusste zu viel. Sie kommt zurück und bringt uns alle um. Schimpel? Tun Sie es, schließe Sie! Da. Da ist sie. 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 Dieulse.